Die meisten von uns sollten die Geschichte von The Day Before eigentlich schon kennen, aber niemand redet so wirklich um die ganze Geschichte um Fantastic. Und in diesem Video will ich euch von der Gründung, von den ganzen Spielen, die sie haben, mit den ganzen Fehlern, die dann passiert sind, und bis zum Ende, wo halt die CEOs richtige Abbrecher sind. Willkommen bei diesem Video. The Day Before is our greatest game we've ever made at Fantastic End. Hey, motherfucker! Hit the subscription button. Goodbye. Zuallererst will ich sagen, das Video geht länger, aber da steckt auch viel mehr Arbeit drin. Und ich will eigentlich mehr solche Videos machen. Das Projekt ist zwar komplexer, aber ich brauche immer so eine Zeit. Das Video ist schon seit Dezember geplant. Und es hat sich immer bis jetzt weggezögert. Einfach, weil ich eine perfektionistische Person bin und alles nochmal umende, was ich schon gemacht habe. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich mein eigenes Volontierprogramm mache. Nämlich das Yami Helfer Programm. Was das genau ist, kann man sich auf meinen Discord nachlesen. Aber da könnt ihr mir helfen mit Script schreiben, Recherche oder auch einfach für den Discord arbeiten. Und dafür bekommt ihr dann zum Beispiel Credits im Video, in der Beschreibung und vielleicht auch in der Endcard. Oder wenn wir einen Geldbetrag ausgemacht haben, auch Geld. Der Vorteil ist halt, dass es hier ganz freiwillig ist. Das heißt, du musst das nicht machen und kannst halt auch jederzeit aufhören. Aber ich würde es cool finden, wenn hier mehrere Leute dran sitzen und wir so ein paar Videos machen könnten zusammen. Und die mich halt auch darin unterstützen, damit sowas zum Beispiel öfter kommen kann. Und wenn du interessiert bist, egal was du kannst, guck in meinen Discord und schau dir die ganzen Informationen an, ob es dir vielleicht gefällt. Ich will noch auch anmerken, dass mein Helfer Programm da, dass man da nicht verpflichtet ist, zum Beispiel solche Videos zu schneiden. Sondern du kannst auch einfach meine Twitch Clips nehmen und daraus ein Best of schneiden. Und ja, fangen wir an. Wir sind hier, um fantastische Dinge für die Menschen zu schneiden. Fantastic wurde im Jahr 2015 gegründet. Und damals hießen sie nicht Fantastix, sondern 8 Points. Der CEO der Firma war Eduard. Also einer der beiden Brüder, die heute als Scammer bekannt sind. Aber ob Eisen da schon mitgespielt hat, weiß ich nicht. Hier im Wiki steht jedenfalls, dass die beiden die Firma gegründet haben. Und zur Gründung gibt es eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Das einzige Relevante ist, dass sie halt damals 8 Points hießen und ein Team aus 8 Personen waren. Wir sind hier, um fantastische Dinge für die Menschen zu machen. Aber am 5. April 2016 startete eine Kickstarter-Kampagne. Zudem spielte Wild 8, also deren erstes Game. Und Wild 8 ist ein Open-World-Survival-Simulations-Videospiel. Was für ein Name. Mit einer prozedural generierten Welt. Das Spiel wird von 8 Points entwickelt und von Hype Trend Digital als Publisher unterstützt. Die Spiele übernehmen hier die Rolle von Überlebenden, die in der rauen Wildnis Alaskas gestrandet sind. Sie müssen quasi zusammenarbeiten, um zu überleben. Also wie in jedem Survival-Game. Warum erkläre ich das eigentlich? Und mit dieser Kickstarter-Kampagne haben sie jetzt ungefähr 60.000 Dollar gemacht. Das Projekt war bereits 11 Tage vor Ablauf der Kampagne vollständig finanziert. Aber am 8. Februar 2017 wurde das Spiel auf Steam im Early Access veröffentlicht. Aber bevor das Spiel auf Steam veröffentlicht wurde, haben sie sich noch in Fantastic umbenannt. Auf der Kickstarter-Kampagne haben sie stolz in einem Post ihren neuen Namen verkündet. Und das ist halt der Name, den wir halt alle kennen sollten. Und begründet wurde das damit, dass das Team ja gewachsen sei. Und der vorige Name eher auf die ersten 8 Mitarbeiter bezogen hat. Der neue Name Fantastic steht für das Überschreiten von Grenzen. Das wird wahrscheinlich später lustig. Und die Kunst der Fantasie. Es sind anscheinend die wichtigsten Werkzeuge für die Spielentwicklung. Ich denke auch besonders die Grenzüberschreitung, indem man Mitarbeiter scheiße behandelt. Aber dazu kommen wir im letzten Kapitel. Das Spiel wird aber uninteressant für uns, weil im August 2017 das Spiel an den Publisher Hype Trend Digital verkauft wurde. Und an einen Post im November 2017 begründete der Publisher Hype Trend Digital das mit internen Konflikten. Leider habe ich dazu aber nicht wirklich viel gefunden. Wir sind hier, um Fantastik Dinge für die Menschen zu machen. Fantastik hatte aber direkt ein neues Projekt. Nämlich im März 2018 wurde das Co-op Horror-Spiel Dead Dosen veröffentlicht. Hier konnte man bis zu 4 Spieler aus einer mysteriösen Pyramide in Siberien fliehen und dabei gegen Ghule kämpfen. Es gab auch einen Kompetiv-Multiplayer für bis zu 12 Spielern. Wobei ein Spieler pro Runde das Kommando über die Ghule übernahm. Die Trailer, die ich vom Spiel gesehen habe, sahen jetzt eher scheiße aus. Ich meine, woher hat der sein Aim? Aber ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass das vielleicht sogar mit Freunden Spaß gemacht hätte. Auch wenn das Gameplay so aussah. Das Problem des Spiels war aber die Spielerzahl. Man konnte auf SteamDB genau sehen, dass der höchste Peak 81 Spieler waren. Und das hielt sich aber auch nicht lange. Irgendwann hat auch nur noch ein Spieler das Spiel gespielt. Ich frage mich, was er im Spiel die ganze Zeit gemacht hat. Und wenn man sich so Reviews über das Spiel durchliest oder auch den Steam-Diskussionsforums tabt. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Soll das Game sehr viele Bugs gehabt haben. Ich meine, manche konnten das Spiel nicht mal starten. Und irgendwie wurde das Game dann auch wortlos einfach nicht mehr weiterentwickelt. Es kamen einfach irgendwann keine Updates mehr. Und natürlich wurden dann Stimmen laut, dass das Spiel ein Betrug ist. Man behauptete sogar, dass die Entwickler kriminelle sind und man das Geld zurückhaben möchte. Johnson, wir haben ein Patch veröffentlicht, der die meisten Bugs behebt und die Spielstabilität verbessert hat. Ich hoffe, es wird deine Meinung ändern. Ich will dir nicht zu nahe treten. Aber bist du zurückgeblieben? Was ich aber auch in diesem Steam-Diskussionsforums-Tab gefunden habe, ich weiß es immer noch nicht, hat ein User sogar eine Nachricht festgehalten, die in ihrem Premium-Discord-Chat geschrieben wurde. Was auch immer das sein soll, musste man dafür Geld bezahlen. Und da schrieb Fantastic, dass ihnen das Geld für die Entwicklung ausgegangen sei und die Entwicklung erstmal eingestellt wird. Und ich verstehe nicht, warum man das in so einen Premium-Discord-Chat reinschreibt und nicht einfach einen Steam-Post macht. Oder halt die Community fragt, ob sie vielleicht helfen kann oder vielleicht sogar Skin-Packs zu verkaufen. Aber hey, einfach Projekt einstellen. Und nach 18 Monaten, nachdem Dead Dawson im Early Access ging, wurde es dann von Steam entfernt. Fantastic hat sich damit wahrscheinlich bei ihrer Grund-Community keinen guten Ruf gemacht. Aber da es sich wahrscheinlich um ein kleines Unternehmen handelt und das Spiel jetzt auch nicht wirklich viel Aufmerksamkeit bekommen hat, hat das wahrscheinlich niemand mitbekommen. Man könnte auch meinen, das hier sei das Ende der Dead Dawson-Story. Aber Eduard hat etwas Neues in diesen Steam-Diskussionsforums-Tab gepostet im Jahr 2021. 20. Grüße vom Entwickler. Neu? Warum haben die da extra neu hingeschrieben? Ich verstehe es nicht wirklich, aber egal. Und hier schreiben sie, kurz gefasst, dass sie sich vom D-Day erholt haben. Ähm, Fantastic, der war 1944? Oder ist es eine Metapher, die ich nicht verstehe? Ich frage mich halt wirklich nur, vor welchem D-Day. Auf jeden Fall haben sie geschrieben, dass sie nicht aufgeben werden, sie größer als damals sind und auch Pläne für die Zukunft von Dead Dawson haben. Und nebenbei bewerben sie auch ihr neues Spiel. Nur bis dahin gab es dann halt nie wieder eine Ankündigung. Wir sind hier, um fantastische Dinge für die Menschen zu schaffen. Beim nächsten Game, was sie dann veröffentlicht haben, kann man eigentlich nicht viel zu sagen. Außer, dass es wahrscheinlich das einzigste, positiv bewertete Spiel von Fantastic ist. Ich denke aber auch ein Story-Game, das quasi ein Singleplayer ist. Kann man weniger falsch machen als bei einem Multiplayer-Spiel, wo du halt wirklich Spieler brauchst. Das Lustigste daran zu erwähnen ist, dass das auch ein Mobile-Game ist. Deswegen ist es auch wahrscheinlich simpler vom Gameplay. Ist also sehr interessant. Aber mehr gibt es für den Spiel auch nicht zu sagen. Wir sind hier, um fantastische Dinge für die Menschen zu schaffen. Drop Night ist das erste Spiel mit der Kooperation des Mobile-Publishers Maitona. Und das war auch mein erstes Game, was ich jemals von Fantastic gespielt habe. Ich persönlich finde das Spiel echt mega gut und es hätte so viel Potenzial gehabt. Aber Fantastic macht halt leider nur das, was Fantastic halt macht. Und verkackt halt alles. Drop Night ist ein asymmetrisches Spiel, also wie Dead by Daylight. In dem halt ein Killer gegen vier Survivor antritt. Die Aufgabe der Survivor ist es, fünf Generatoren zu reparieren. Damit sie dann durch das Ausgangstollen kommen können. Während der Killer versucht, genau das zu verhindern. Und versucht, alle Überlebenden auf einen Hypnose-Stuhl zu setzen. Ich nannte das sogar damals Stuhlen. Ich habe den Survivor gerade hingestuhlt. Und die sind auch damit einverstanden quasi. Checkst du? Also die sind damit cool. Weißt du, was meine? Was Drop Night aber so besonders gemacht hat, war erstens die Grafik. Da sie so einen Cartoon-Stil hat. Was eher unüblich ist für Spiele aus diesem Genre. Und das andere, was Drop Night so besonders gemacht hat, war die Prop Hunt-Mechanik. Also die Mechanik, in dem man sich einfach in Gegenstände verwandeln kann, um sich dann vor dem Killer zu verstecken. Man hat also ein Spiel wie Dead by Daylight genommen, es mit Drop Hunt gemischt und raus kam dann Prop Night. Und Prop Night war zu Release sogar relativ erfolgreich. Die Spielerzahlen sind sogar gestiegen seit Release. Und wenn man sich die Patch Notes im Dezember anschaut, dann frage ich mich wirklich, ob es den Developern gut ging in der Zeit. Ich meine, what the fuck, das ist fast jeden Tag. Aber nach Dezember gingen die Spielerzahlen wieder runter. Und auch vom 30. Dezember bis zum 12. Januar gab es keine Infos, Updates oder sonst irgendwas von Fantastic. Es gab Leute, die haben spekuliert, dass sie wieder das Spiel aufgegeben haben. Wie halt bei den anderen zwei Games. Aber... Ja, genau so war es. Ich war zwei Wochen im Urlaub. Sie waren einfach im Urlaub. Ich schätze mal, die meisten hätten sich hier schon wirklich eine Ankündigung gewünscht. Es machen wahrscheinlich die meisten Entwicklerstudios so gar nicht. Aber wenn du halt einen Patch released hast, der neue Sachen einfügt und Bugs mitbringt, dann wäre es vielleicht gut zu wissen, wo die Developer sind. Nur so. Aber irgendwie sind die Spielerzahlen im Januar wieder gesunken. Man fragte sich natürlich dann, warum die Spielerzahlen im Januar wieder runtergegangen sind. Und vielleicht habe ich eine Antwort darauf. Ich glaube mal, dass die Cheater hier eine große Rolle gespielt haben. Und ich rede hier nicht von so normalen Cheatern, die einfach mit einem Aimbot oder ESP spielen. Sondern wirklich von so Rage-Cheatern. Der Killer kommt dann mit Speedtech und setzt einen Halle auf den Stuhl und die Runde ist vorbei. Und das ging alles so weit, dass Phantastic sich irgendwann entschieden hat, das Anti-Cheat zu wechseln. Also von Easy Anti-Cheat zu Battle-Eye. Man kann zwar sagen, es hat das Problem ein bisschen behoben. Aber ich glaube einfach, die Cheater hatten einfach keinen Bock mehr auf das Spiel. Aber dennoch war das Anti-Cheat nicht perfekt. Die Spieler hatten Probleme, dass sie nicht mehr ins Spiel reingekommen sind, weil das Anti-Cheat gefailt ist zu installieren. Oder auch andere Probleme, die mit dem Anti-Cheat irgendwie zusammengehangen haben. Und ich persönlich denke auch, dass Phantastic nicht weiß, wie man Battle-Eye konfiguriert oder richtig einstellt. Weil ich habe hier ein Screenshot aus Mimis Festplatte geklaut. Bitte verklagt mich nicht. In dem etwas sehr komisches über das Anti-Cheat bekannt wird. Bevor aber Leute fragen, woher weißt du Goofy das denn? Ich war selber Volontier und Senior Moderator auf dem Discord. Vielleicht kennen mich ja hier einige. Jedenfalls schrieb mich die Person an mit Hallo Juri! Er erklärte mir dann irgendwie, dass er ingame gebannt werden wollen würde. Und ob ich ihn auf die Bann-Wave setzen könnte. Ich war natürlich ziemlich verwirrt, warum ich ihn bannen sollte. Und antwortete mit einem sehr ausführlichen Was? Er erklärte mir dann, dass er Bans für Spiele sammelt. Für so ein Leaderboard. Wo halt Steam-Accounts mit den meisten Bans gelistet sind. Es ist erstaunlich, wie viel das im Internet eigentlich gibt, oder? Er will aber nicht das Spiel der anderen kaputt machen. Und er hatte eigentlich ein Script für Battle-Eye, das ihn automatisch von Battle-Eye bannen sollte. Nur irgendwie hat es das nicht. Weshalb ich denke, dass Fantastic das Anti-Cheat nie richtig konfiguriert hat oder eingestellt hat. Ich habe ihn dann auf die Bann-Wave gesetzt und er hat sich nach seinen Bann sogar bei mir bedankt. Auch wenn er mich voll gespammt hat, dieser Hut. Zur kurzen Erklärung, was Battle-Eye überhaupt ist. Das ist ein Anti-Cheat, das viele Spiele irgendwie benutzen. Und wie glaube ich, jedes Anti-Cheat checkt das auf deinem PC, ob du irgendwelche Programme im Hintergrund laufen lässt, ob du deine Spieldatei manipuliert hast, oder sonst halt irgendwas, damit du halt nicht cheaten kannst. Oder besser gesagt, dass es erschwert wird zu cheaten. Weil ein Anti-Cheat kann nie zu 100% verhindern, dass es Cheater gibt. Und das Ding ist jetzt halt, dass dein Spielstand, was du halt im Spiel verdienst an Skins, Coins und so weiter, auf deinem PC lokal gespeichert ist. Das bedeutet, du konntest auf eine Webseite gehen, Save File Editor, deine Save File da reintun und sofort sowas wie Prop Coins, XP oder auch dein MMR erhöhen. Und wenn du das dann wieder in das Spiel reingelegt hast und Schreibgeschütz drauf packst, das Schreibgeschütz raustust, dann hattest du plötzlich das, was du dir da cheatet hast. Allein, dass du dein MMR verändern konntest, zeigt mir, dass das MMR auch nur eine Zahl war und wahrscheinlich auch noch nie so richtig funktioniert hat. Dabei heißt es Matchmaking Ranking. Also wirklich, es haben Bronze-Spieler gegen Master-Spieler gespielt. Nur was Battle-Eye auch nicht so richtig detektet hat, war zum Beispiel, wenn du Sachen aus dem Spiel entfernt hast. Zum Beispiel, du konntest die Heil-Animation entfernen, du konntest ganze Objekte entfernen, mit denen du dann durch die Wand laufen konntest oder auch durch die Ausgangstore durchgehen konntest als Survivor. Und das alles hat Battle-Eye irgendwie nicht detektet. Wahrscheinlich hat Fantastic das nicht richtig eingestellt. Wir Mods haben auch immer als Angstmacher benutzt, dass man doch gebannt werden kann. Aber ich glaube, dass es nie wirklich passiert. Allein, wer sich die ganzen Sachen cheatet, der muss ja wirklich so Probleme haben, das Spiel zu spielen, ohne sich gut zu fühlen. Stell dir mal vor, du änderst einfach dein Ranking, damit du Master 1 bist, um vor deinen Freunden zu flexen. Was ist das? Einer der größten Updates in PropNight war das Monumental-Update. In diesem gab es zwei neue große Features. Ein Killershop mit verschiedenen Buffs für Killer und die Möglichkeit, Fortnite in PropNight zu spielen. Hey, Fantastic, ich hab hier ein fucking Haus gebaut. Wer bist du und lass mich in Ruhe? Außerdem gab es in der Ankündigung noch zwei neue Killer und eine neue Map, aber irgendwie waren die nicht in der Release-Version da. Das war einmal Sheetman, der perfekt cute aussieht, und Maddie, die ich gerne smaschen. Mit einer neuen Map, die Village heißt. Und das Problem war hier wahrscheinlich, was für Verwirrung gesorgt hat, dass Fantastic in klein geschrieben hat, dass sie auch daran arbeiten. Und das hat natürlich für eine Verwirrung gesorgt, weil viele dachten, die Sachen kommen ins Spiel mit den Monumental-Updates. Doch eine Weile später wurde dann doch der Killer Sheetman veröffentlicht. Und naja, er konnte mit Scheiße werfen. 10 von 10 Killer. Die neue Map Village wurde dann auch released und die war sogar wirklich cool. Ich frag mich immer noch, wer die Person da am Fenster ist. Nur vom Killer Maddie hörte man irgendwie gar nichts. Einer der coolen Sachen in PropNight war der Voice-Chat. Du konntest quasi damit mit allen Spielern im Spiel reden. Das heißt, selbst Survivor konnten mit dem Killer reden und andersherum auch. Was immer für so lustige oder dummen Situationen geführt hat. Hey Oma, Oma. Nicht hauen, nicht hauen, nicht hauen. Nicht hauen, warte kurz, warte kurz. Okay, okay, okay. Darf ich dich umarmen? Ja, klar. Dankeschön. Oh, bitte sehr. Oh, Jura, die ärgern mich alle. Ja, was soll ich tun? Weiß ich nicht. Aufmunternde Worte oder so? Du machst das echt gut. Ich weiß nicht, ob das aufmuntert ist. Bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. I love you. Bitte, bitte. Töte nicht, töten ist schlecht. Sohn? 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 Nicht hauen. Papa? Nur das ist wahrscheinlich der Grund, warum Dead by Daylight kein Voice Chat hat, weil es sehr toxisch werden kann. Es wurde viel beleidigt, es wurden viel rassistische Dinge gesagt. Es wurde ins Mikrofon geschrien. Und das ging halt immer so weiter mit der Liste, was da alles passiert ist. Und um das Ganze zu beheben, kam Fantastic irgendwie auf die Idee, den Voice Chat und den Text Chat im Spiel zu entfernen. Und das war halt natürlich ein Problem, weil der Voice Chat sowas wie ein Kernelement des Spiels gewesen ist. Also etwas, was das Spiel besonders gemacht hat. Und das löste natürlich einen Shitstorm aus. Den Voice Chat zu entfernen, ist halt wie als würde es das Sprinten entfernen. Und genau das hatten sie sogar mal vorgehabt. Aber das konnten wir Mods und Voluntier sogar noch verhindern. Der Grund war dafür sogar aus Balancing Gründen. Es war einfach dumm. Nur der Shitstorm, der war halt so groß, dass die Entwickler den Voice Chat und Text Chat nach wenigen Tagen wieder zurückgebracht haben. Aber mit einer Option, dass du den Voice Chat ausschalten kannst. Das letzte große Ding in PropNight Classic war das Keymasters Game Update. Dieses Update hat einen neuen Spielmodus hinzugefügt, was aber nicht so viel Sinn gemacht hat. Also ich persönlich finde, man sollte eine kleine Spielerschaft nicht trennen, außerdem mit einem Spielmodus, der einfach PropHunt ist. Also er hatte einfach nichts Besonderes. Man hätte auch einfach Garry's Mod spielen können. Es gab vier Verstecker und vier Sucher, die haben pro Runde immer getauscht und das erste Team, das drei Punkte bekommen hat, hat gewonnen. Das Einzige, was mir wirklich Angst gemacht hat, war aber Mabel mit einer Waffe. Der Spielmodus wurde nach ca. einer Woche gar nicht mehr gespielt. Er war nämlich sehr verbuggt und die einzige Motivation der Spieler waren diese Fortnite-Skins hier. Nämlich nach 20 Siegen hast du einfach hier Skins bekommen und ja. Aber neben Mabel mit einer Waffe gab es noch was anderes Besonderes. Nämlich den Namen vom Spielmodus, Keymaster's Game. Der Keymaster ist der Typ vom Cover des Spiels, wurde aber nie zu einem spielbaren Charakter. Es heißt, dass es vor dem Release des Spiels eine Closed Beta gab, in dem man ihn spielen konnte. Zumindest habe ich ein paar Gameplay-Ausschnitte gefunden, wo man ihn deutlich erkennen kann, dass das der Keymaster ist. Das Material ist auch nicht Fake, weil das Material einfach auf dem IGN-Channel ist. Aber zurück zum Keymaster. Er wird quasi als der Hauptbösewicht von der Community angesehen. Jedenfalls gibt es auf den Maps viele Lore-Hinweise. Wie zum Beispiel dieses Pinboard an der Wand einer Map. Oder zum Beispiel das Lore-Board, das die Community erstellt hat. Und da gibt es sehr viele coole Hinweise. Und man hörte sogar ganz klar Keymaster's Stimme in den Runden von Keymaster's Game. Und das war schon echt cool. Nur Spoiler, er wurde halt niemals released. Und keiner wusste genau warum. Das seltsame ist auch, dass andere Killer einfach seine Fähigkeiten geerbt hat. Hier zum Beispiel paar Beispiele. In einem FAQ hat man auch erfahren, dass Fantastic den Keymaster nicht als ernstzunehmenden Killer angesehen hat. Er soll einfach laut denen nicht gruselig genug gewesen sein. Aber releasen dann einen Killer, der mit Scheiße werfen kann? Ich weiß ja nicht. Er soll ziemlich kleine Füße gehabt haben. Und einen riesigen Kopf. Aber ich finde genau das macht ihn ja gruselig. Er wirkt einfach wie eine Boss-Transformation von Igor aus Frankenstein. Oder wie Dwargen aus Wizard101. Er wurde bis zum Ende von PropNight halt wirklich nie released. Aber nachdem Keymaster's Game veröffentlicht wurde, gab es zwar in Mai noch ein paar Patches. Aber die waren jetzt nicht wirklich bedeutend. Die haben nur den Game Mode gefixt oder kleine Sachen im Spiel geändert. Es gab quasi nach Mai eine Funkstille von 6 Monaten. Von dem man wirklich gar nichts von Fantastic gehört hat. Oder die Zukunft, was mit PropNight jetzt passieren wird. Doch nach 6 Monaten kam Fantastic mit einer Ankündigung. Mit dem bisher größten Update fürs Spiel. PropNight Reborn. Ich finde es immer cool, wenn so Updates so einen Namen haben. Das klingt irgendwie immer so episch. Die Ankündigung zum Update versprach eine neue Grafik, neue Features und ein neues Interface. Es klingt halt wirklich geil. Nur was sie daraus gemacht haben, war es jetzt wirklich nicht. Und Fantastic hat PropNight Reborn mit Hilfe von Betas getestet. Und naja, es kam gar nicht gut an. Zuallererst wurde die Cartoon-Grafik in eine realistischen, düsteren Grafik geändert. Ein Beispiel, das hier ist Kate aus PropNight Classic. Und das ist Kate aus PropNight Reborn. Dann wurden Kernelemente wie das Stunnen entfernt, mit dem du halt den Killer mit Objekten stunnen konntest. Und so auch Survivor, die auf der Schulter des Killers waren, freien konntest. Oder auch die PropBox, wo du halt Items rausbekommst. Man war auch irgendwie direkt tot, wenn der Killer dich hingestuhlt hat. Und hattest dadurch halt keine 3 Leben mehr. Du warst einfach komplett tot und deine Teamkameraden konnten dich auch nicht retten. Man hatte jetzt so eine komische neue Ressource, die auf der Map in Kisten verteilt war. Mit diesen konntest du dann Generatoren reparieren. Oder auch Items craften. Wie zum Beispiel Scheiße. Es macht irgendwie keinen Sinn, dass man aus Schrott Scheiße bauen kann. Obwohl, naja, Apo Rats Business halt, ne. Außerdem hat sich das Gameplay halt komplett anders angefühlt. Es wurde einfach von Grund auf neu gemacht, das Spiel. Vielleicht sieht man das sogar im Vergleich hier ganz gut, dass das schon komplett anders ist. Aber eine der schlimmsten Änderungen war für mich, dass sie den Killern statt 3 Fähigkeiten nur noch eine gegeben haben. Und das hat für mich irgendwie die Persönlichkeiten der Killer gekillt. Zum Beispiel eine Benji konnte fliegen, schreien und Generatoren verfluchen. In der Beta konnte sie halt nur noch schreien. Und eine Granny konnte dann zum Beispiel Messer werfen, unsichtbar werden und zu einem Messermine platzieren. In der Beta konnte sie nur noch Messer werfen. Und das Messer werfen und das Schreien sind halt quasi dieselbe Fähigkeit. Was halt für mich irgendwie die Persönlichkeit der Killer wirklich gekillt hat. Haha, Killerkill. Es war eigentlich dann egal, welchen Killer du gespielt hast. Es kam wirklich sehr viel Kritik. Hier kann ich leider keine Screenshots zeigen, weil ich keine hab und der Channel gelöscht ist, so wie der ganze Discord jetzt. Aber Fantastic hat sich die Kritik gestellt. Es kam eine zweite Beta. Man konnte wieder Killer stunnen. Killer hatten jetzt 2 Fähigkeiten anstelle von 3. Und Killer hatten jetzt auch so ein komisches rotes Licht vor sich. Es kam wirklich nicht gut an. Aber Eduard, der CEO, kam mit einer wichtigen Nachricht zur Community. Liebe PropNight-Gemeinde, wir danken euch für euer Engagement. Und ja, viele werden wahrscheinlich sagen, Max, da spricht man Engagement aus. Aber nein, für mich ist es Engagement einfach, weil ich so viel im Englisch- bzw. amerikanischen Raum unterwegs bin, da die den Deutschen wirklich in vielen, vielen Dingen voraus sind. Und eure Leidenschaft für die Verbesserung von PropNight. Schritt für Schritt, Beta zur Beta, werden wir PropNight wieder großartig machen. Als Erinnerung, das Ziel der Beta ist die Zusammenarbeit mit unserer Community, um Feedback zu bekommen und die Arbeit zu verschnellern. Und wenn dir 42 Leute mit der Reaktion Stopp reagieren, dass quasi 10% der noch aktiven Spieler ist, dann sollte man vielleicht überlegen, ob das, was man da macht, vielleicht nicht der richtige Weg ist. Außerdem ist hier noch erwähnenswert, dass die Beta nur im Discord angekündigt wurde. Das heißt, es haben wahrscheinlich noch weniger Spieler gespielt. Für Leute, die vielleicht denken so, hä, das sieht doch alles viel besser aus. Stellt euch mal vor, ihr seht einen Trailer von einem Film. Ihr reserviert euch Kinoplätze mit euren Freunden. Vielleicht bezahlst du sogar die Tickets für deine Freunde. Und im Kino merkst du dann, dass sie den ganzen Film nochmal überarbeitet haben, Schauspieler ersetzt wurden, die Geschichte komplett anders ist und es einfach nicht das war für das, was du schon bereits bezahlt hattest. Und die Kritik zur Beta war ja einfach, dass sie das ganze Spiel von Grund auf neu gemacht haben. Die Grafik sieht zwar wirklich schön aus, aber es ist halt nicht mehr das, was es davor war. Die neuen Features sind einfach nicht geil und die alten Features wurden einfach komplett entfernt. Man könnte ja auch darauf eingehen und versuchen, das für die Spieler besser zu machen, oder? Hey Leute, wir haben die Map Farm geändert. Ja, es fühlt sich an wie ein schlechter Witz. Man muss halt wissen, dass die Maps, die halt in der Rebomb-Beta drin waren, das einzige, was noch übrig geblieben ist von Dropnet Classic. Ich glaube, die haben im Feedback-Channel irgendwie das ganz falsch interpretiert. Die Leute wollen nicht, dass ihr Dropnet Classic komplett entfernt, sondern die wollen, dass ihr wieder zurückrudert. Aber hey, Farm ist jetzt kleiner und hat so einen total unnötigen Untergrund. Okay. Was dann aber auch Usern aufgefallen ist, dass die meisten Features auch in Dead by Daylight existieren. Das fasst sogar ein Kommentar auf dem Discord von einem deutschen User sogar gut zusammen. Zum Beispiel, dass Killer nur noch eine Fähigkeit hatten, wie in Dead by Daylight. Eine düstere Atmosphäre, wie in Dead by Daylight. Einen Keller bzw. Untergrund, wie in Dead by Daylight. Raben auf der Map, wie in Dead by Daylight. Und ein rotes Licht vom Killer, wie in Dead by Daylight. Wahrscheinlich haben sie auch nur vergessen, die Hypnose-Stühle in Haken zu ändern. Das Lustige ist halt auch, dass Aizen, also einer der CEO, darauf geantwortet hat, dass er niemals Dead by Daylight gespielt hat. Es war halt immer noch kein gutes Update. Und sie haben einfach nur Dinge geändert, nach denen halt irgendwie keiner gefragt hat. Oder auch nur zur Hälfte wieder hinzugefügt haben. Danach kam seltsamerweise sogar überhaupt keine Beta mehr. So viel dazu Schritt für Schritt und Beta zu Beta. Aber vielleicht haben sie auch eingesehen, dass das Update nicht gewollt ist, oder? Man hörte dann nicht mehr viel über das Update. Nur ein paar Teaser, die zeigen, dass die alten Charakter-Designs zurückkommen. Und die einzige Frage, die sich der Community gestellt hat, war, warum Fantastic dieses Reborn-Update machen wollte. Sie haben ja quasi das ganze Game von Grund auf neu gemacht. Vielleicht wollten sie ja so neue Spieler anlocken. Eduard hat beim Chips-Essen aussehen den Asset-Ordner gelöscht. Oder man hat versucht, den Spaghetti-Code zu entspaghettin und wollte irgendwas Besonderes machen. Es muss ja eigentlich einen ganz guten Grund dafür geben, oder? Es kann ja keinen dummen Grund geben, oder? Resident Evil. Die beiden Brüder, also die CEOs von Fantastic, haben Resident Evil gespielt und dachten wohl irgendwie, dass das voll geil in PropNight wäre. Und es hört sich wirklich ziemlich dumm an. Wie als würde ich euch hier verarschen wollen. Aber leider ist es halt kein Witz. Ich würde es mir wünschen. Man hörte eine lange Zeit wirklich gar nichts von PropNight. Doch dann droppte Fantastic einen Trailer, der sogar wirklich ziemlich gut ist. Also irgendwie einen Trailer machen, haben die wirklich Talent. Das kann man sagen. In dem Trailer hat man auch den neuen Killer Maddy gesehen, die zwar im Februar angekündigt wurde, aber jetzt im Oktober dann released wird. Der Trailer sieht sogar wirklich so aus, als hätte Fantastic auf die Community gehört. Oder? Na ja, Killer hatten immer noch nur zwei Fähigkeiten anstelle von drei. Das Gameplay fühlte sich genauso an wie in den Betas. Survivor selber hatten jetzt besondere Fähigkeiten und konnten auch nur einmal in einer Runde ausgewählt werden. Das bedeutet so viel, dass zwei Leute nicht mit demselben Charakter spielen können. Und so entfachte auch ein Krieg immer in den Lobbys. Das ist mein Charakter. Nein, das ist mein Charakter. Fisch dich. Ich leave, wenn du mich nicht Mable spielen lässt. Fisch dich selber, du HS. Es gab ein neues Ranking-System, was eigentlich dasselbe war wie die MMR-Funktion davor. Man hatte jetzt so komische Icons, die genauso ähnlich aussehen wie aus Rainbow Six. Oh, what the fuck? Warum fällt mir das erst jetzt auf? Es gab auch ein Perk-System, was irgendwie komplett kacke war, weil man immer nur mit denselben Perks rumgelaufen ist. Es wurden Achievements hinzugefügt, was eigentlich ganz cool ist. Würden die auch funktionieren. Killer hatten jetzt so ein komisches neues Event-Menü, was ich sogar ziemlich cool fand. Mit dem konnten sie halt Events starten, wie dass die Survivor sich nicht bewegen dürfen oder der Killer sieht die Aura des Survivors. Aber die größte Änderung waren halt wirklich die Maps. Sie haben jede Map überarbeitet, sie kleiner gemacht für ein dynamischeres Gameplay. Dabei hätte man in den Reborn-Betas eigentlich sehen können, dass die Community nicht die Maps anders haben wollen. Das Schlimme hier dran ist auch, dass sie halt wirklich die ganzen Lore-Aspekte der Maps einfach entfernt haben und sogar einige Maps einfach komplett gefehlt. Ich vermisse zum Beispiel dieses Bild hier an der Wand ganz sehr. Das hat mich halt wirklich hart getroffen. Es war jetzt kein schlechtes Update, aber auch kein gutes. Es ist wie als hättest du dir Nachfolge gekauft, also Drop Night 2. Nur dieser schafft das nicht, den Vorgänger zu übertreffen. Da aber Maddy zum Beispiel im Februar angekündigt wurde, hatte sie auch eigentlich eine dritte Fähigkeit gehabt. Und ich hab mir kurz mal wieder Mimis Festplatte ausgeliehen. Vielleicht dauert es deswegen so lang, dass Mimis das nächste Update-Video fertig machen muss. Und hier konnte ich sogar Gameplay-Material finden. Mimis, wenn du das sehen solltest, bitte verklag mich nicht. Bitte. Maddy konnte jeden Survivor anrufen und diese mussten wahrscheinlich dann das Telefon ausschalten oder den Anruf benden. Ich denke mal, Maddy hätte dann zum Beispiel die Aura der Survivor gesehen oder sogar den Klingelton dann gehört. Und die Fähigkeit klingt sogar eigentlich ganz cool. Nur diese wurde einfach nie released. Was halt irgendwie untergegangen ist, war ein besonderer Steam-Post, der Belohnungen für positive Bewertungen freischaltet. Nur dieser Post wurde nach wenigen Minuten einfach gelöscht. Dabei sind die Belohnungen ziemlich interessant, aber das wäre wie jetzt, würde ich jetzt sagen, das nächste Video kommt erst bei 50.000 Likes. Also du weißt jetzt, was du machen musst. Hier ist aber die letzte Belohnung sehr interessant, bei 80%. Würden sie Drop Night auf Konsolen bringen und den Keymaster veröffentlichen. Also dieser bärtige Typ vom Cover. Ich meine nicht Kronk. Und seitdem kamen auch sehr viele Updates wieder. Im Dezember ganz besonders sogar viele. Da wurden sogar wöchentlich neue Charakter einfach released. Mit einer neuen Map. Und ich denke mal, wir schauen mal in einer dieser Patches rein. Es könnte ja interessant sein, was sie zum Beispiel so gefixt haben oder so. Nur wieder im Januar haben sie wieder angefangen, weniger Updates rauszuhauen. Ist das irgendwie so eine Fantastic-Strategie, dass man erst viel reinhaut im Dezember, um dann im Januar wieder aufzuhören? Nur der Januar ist auch nicht nur bekannt, dass sie ja plötzlich weniger Updates gemacht haben, sondern komischerweise der Ping der Spieler plötzlich ziemlich in die Höhe geschossen ist. Du hattest einfach ein 200er Ping, auch wenn du gutes Internet hattest und du in Deutschland wohnst. Fantastic meinte, dass es ein Problem vom Serveranbieter ist und dass sie sich darum kümmern wollen, was sie aber nie wirklich gemacht haben. Ich schätze mal, sie haben weniger Server gekauft, um Geld zu sparen und haben dann noch ihre eigene Community angelogen, damit sich niemand beschweren kann, weil sie machen ja was dagegen, nur kriegen keine Antwort. Für die Leute, die aufmerksam mir zugehört haben, was ist mit euch los? Haben wahrscheinlich mitbekommen, dass die Maps ja verändert wurden. Und genau das haben sie nochmal gemacht, nur dass sie die Maps noch viel schlimmerer gestaltet haben. Ich meine, warum ist eine Bank in einem Haus? Was soll das hier sein? Und warum ist das in einer Sporthalle drin? Ich verstehe es irgendwie nicht. Sie haben irgendwie offene Bereiche einfach so viel mit Müll bepackt, dass da einfach Gegenstände stehen. Und es war egal, ob das Sinn gemacht hat oder nicht. Zum Beispiel ein Haus, das eigentlich möbliert war und so aus, als hätte da drin jemand gewohnt, sieht jetzt so aus, als hätte ApoRed dort gewohnt. Das löste natürlich auch wieder so einen kleinen Shitstorm aus. Auch ich habe mich da zu Wort gemeldet an Fantastic, dass das nicht okay ist, was sie machen. Und dann haben sie ein Vouching auf Twitter gestartet. Und wenn jemand in den Kommentaren jetzt X sagt, fick dich. Und dann haben sie halt gefragt, ob die Maps wieder größer werden sollen. Und die Umfrage war ziemlich genau. Man muss auch sagen, dass es wirklich erstaunlich ist, dass sie in einer Woche, wo die Umfrage gestartet ist, danach direkt schon eine Map vergrößert haben. Nach dem Ganzen wurde auch ein Free Weekend gestartet, mit dem sie wahrscheinlich auch neue Spieler ins Boot holen wollten. Sie haben dazu auch einen neuen Survivor Release. Und egal, wer die Person ist, der die Charakter designt hat, er ist ein Gott. Auch allein die Voice Actor, die sind so gut. Wenn man sich zum Beispiel Igor, den Killer-Hasten mit einer Kettensäge anhört, dann hat er einen wirklich guten Job gemacht. Nur ich find's schade, dass sie Igors Design auch komplett verändert haben. Das hab ich gar nicht angesprochen eigentlich. Sie haben den realistischen Stil der Killer gelassen, was ich irgendwie schade finde. Ich fand sogar ehrlich gesagt den Igor aus PropNet Classic einfach gruseliger wegen seinen Augen. Ich frag mich auch, wer die Forz-Geräusche der Killer und Survivor aufgenommen hat. War das vielleicht Eduard und Eisen selber? Das Free Weekend erreichte auch 7000 Spieler, was halt wirklich krass war, weil die Spielerzahl davor nur 700 Spieler waren. Und naja, wahrscheinlich hat man damit auch neue Verkäufe machen können. Und man hat ja jetzt auch neue Spieler erreicht. Die Frage ist jetzt, was tut man wohl am besten? Vielleicht fügt man mehr Content ein? Mixt die wichtigsten Bugs? Balance-Änderungen? Nein, man ist legit einen Monat still und releast eine ungetestete Map. Außerdem ist es interessant zu erwähnen, dass man eine neue Person im Discord gesehen hat. Mit der Fantastic-Rolle. Er soll dafür zuständig gewesen sein, die Patch-Notes jetzt zu schreiben und zu veröffentlichen. Und damit wir ihn in Erinnerung haben können, nennen wir ihn einfach mal Hamster-Dev. So haben wir jedenfalls wir Moderatoren den genannt. Der wird nämlich gleich nochmal wichtig. Es ist sogar erstaunlich, wie sie fünf bis sechs Community-Manager verloren haben. Und das in einem Zeitraum von eins bis zwei Jahren. Die neue Map war einfach eine gigantische Küche, in der man halt ziemlich klein war. Wie in Grounded, würde ich sagen. Das besondere Feature der Map war, dass man runterfallen konnte und dass man aufpassen sollte, wohin man läuft. Und ihr erinnert euch wahrscheinlich daran, dass ich ungetestet gesagt habe, als die Entwickler uns Voluntier die Map vorgestellt haben, hatten ich und ein anderer schon so eine Befürchtung, was passieren könnte und haben dann auch nachgefragt, was passiert, wenn man runterfällt. Darauf hat uns nicht wirklich jemand eine Erklärung gegeben und wir haben auch eine Warnung gemacht, dass die das nicht so machen sollen, dass man direkt tot ist. Ich und diese andere Moderator und Voluntier starten das Spiel, machen ein Custom Games und testen aus, ob unsere Befürchtung stimmt. No way. Man konnte es einfach ziemlich gut ausnutzen, besonders als Killer. Die Map wurde dann auch natürlich gefixt mit unsichtbaren Wänden und so war das besondere Feature halt auch einfach komplett weg und hat auch einfach Gameplay-technisch nur gestört. Dabei hatten wir eigentlich ziemlich gute Ideen gehabt, wie man das sogar behalten hätte können, ohne dass man es ausnutzen kann. Und ich denke, die meisten haben jetzt sogar schon eine Idee, wie man das umsetzen könnte, weil die Idee ziemlich simpel ist. Man könnte es ja so machen, wenn man als Survivor runterfliegt, dass man zwar wieder oben spawnt, also quasi, dass man dann halt zum Beispiel niedergeschlagen ist. Und das ist simpel, aber das haben sie nicht gemacht. Nur dann wurde die Map dann doch wieder entfernt nach ein paar Patches. Und komischerweise war Hamster-Dev dann auch gar nicht mehr da. Ich schätze mal, er wurde für diese Map gefeuert. Außerdem finde ich es komisch, warum sie einfach direkt eine neue Map gemacht haben, anstelle einfach die alten wieder reinzubringen, die einfach noch gefehlt haben. Und nach denen auch ständig gefragt wurde. Als Ausrede hat Fantastic uns da auch gesagt, dass sie die alten Maps einfach von Grund auf neu machen müssten. Und es irgendwie dann viel einfacher gewesen ist, neue Maps zu machen. Es macht für mich irgendwie gar keinen Sinn. Und dann nach zwei Monaten später kam wieder eine neue Map. Und die war okay. Das einzige Problem der Map war einfach, dass die Performance ziemlich schlecht war. Wie ich beim Nachdenken, was ich eigentlich in den Raum hier machen wollte. Und naja, das war's mit PropNight eigentlich. Danach kam eigentlich nie wieder ein Update. Kein Lebenszeichen. Keine wirklichen Infos, was jetzt mit dem Spiel ist. Einfach nichts. Und ich wusste natürlich, dass sie gesagt haben, dass sie PropNight erst wieder weitermachen, wenn Today Before rausgekommen ist. Ich will dir noch kurz mal anmerken, dass das Mai war und Today Before im November rauskommen sollte. Es macht für mich halt keinen Sinn, warum man sieben Monate ein Spiel liegen lässt, ohne eine Ankündigung. Und ich glaube, das ist auch nicht gesund für ein Spiel. Eduard hat mir zwar gesagt, dass die Nachrelease weiterarbeiten wollen, aber für mich war da schon klar, dass das Spiel tot ist. Erst recht, weil die Serverprobleme immer noch da waren. An dieser Stelle war ich sogar wirklich abgefuckt von Fantastic und habe mich entschieden, das Volontia-Team zu verlassen und meine Mod-Rolle aufzugeben. Das Ende von PropNight war kurz vor dem Today Before Release, in dem die Spielserver von PropNight am 6.12.2023 plötzlich nicht mehr aufrufbar waren. Man konnte quasi kein Match mehr spielen. Und Fantastic hat sich natürlich so schnell darum besorgt, dass die Community Bescheid weiß, was passiert ist. Nämlich am 9.12.2023 kam dann einer der Mitarbeiter, dass es sich um einen Playfab-Feder handelt, also vom Serveranbieter und sie sich darum kümmern. Jeder, der auch mit Diesel und Maltia reagieren würde, würde die Ingame-Währung PropCoins geschenkt bekommen. Nachdem Fantastic der Studio geschlossen hat, kam es aber dazu auch gar nicht mehr. Sie haben zwar die Server wieder irgendwie zum Laufen gebracht, aber du konntest keine Public-Matches, sondern Custom-Games spielen. Und die Server würden nur noch bis zum 22. Januar laufen. Das heißt, die Community konnte nicht mal die letzten Wochen gemeinsam noch im Spiel genießen. Und ich schreibe ja immer noch das Skript gerade und habe schon alles aufgenommen, aber immer passiert irgendwas Neues. Jetzt hat Eduard am 22. Januar direkt den PropNight-Discord und den TheDayBefore-Discord ohne Abschied zu nehmen gelöscht. Was für ein ekelhafter Ehrenmann. Aber zu dem neuen Statement, was sie am 23. Januar geschrieben haben, komme ich nochmal später drauf zu. Wir sind hier, um fantastische Dinge für die Menschen zu machen. TheDayBefore kennen wahrscheinlich schon die meisten. Es war ja auch das meistgewinnchte Spiel auf Steam. Und die meisten Skandale sollten jetzt auch bekannt sein. Und ich habe überlegt, ob ich vielleicht die Punkte nicht ansprechen sollte, aber ich glaube, die sind ganz wichtig. Besonders für Leute, die sich nicht mit dem Thema befasst haben. Und deswegen fing alles erst mit einem einfachen Trailer an auf dem IGN-Channel im Januar 2021. Und man muss sagen, dieser sah sogar ziemlich gut aus. Es sieht sogar aus, als wäre das wirklich Gameplay. Obwohl es das wahrscheinlich nicht mal war, sondern einfach nur gescriptete Videos. Aber dennoch kam halt ein großer Hype vom Spiel. Wahrscheinlich, weil es halt wirklich wie Gameplay aussah. Und Fantastic nutzt es auch natürlich, indem sie noch zwei weitere Gameplay-Trailer rausgehauen haben. In einem Trailer sieht man sogar die drei COs. Und dabei ist der Hund der gute der drei. Und der hat sich dann auch von Fantastic getrennt. Irgendwie haben sie auch hier Eisens Namen falsch geschrieben. Jedenfalls schreibt er sich selber so. Sie stellen sich auch hier als Developer dar, aber haben wahrscheinlich nicht mal selber an The Day Before mitgearbeitet. Und wieder sehen die Trailer so aus, als wäre es Gameplay. Und ich mag sogar den letzten Part im Trailer. Außerdem sah man in einen der Trailer den Publisher Maitona, der bis zu diesem Zeitpunkt nur Mobile-Titel herausgebracht hat. Und da wurde auch eine Partnerschaft zwischen Fantastic und Maitona verkündet. Mit dem kreativen Namen Maitona Fantastic. Und das Ergebnis war ja ein Spiel namens Drop Night. Und die Story kennt ihr ja wahrscheinlich, wenn ihr zugehört habt. Aber der Trailer, der am meisten Aufmerksamkeit bekommen hat, war der 13-minütige Gameplay-Trailer. Und dieser zeigt auch eine wirklich schön gebaute Map. Und ich hoffe, ich bin auch nicht der Einzige, der sich fragt, wie der Typ die Zombie-Apokalypse überlebt hat. Ich meine, guckt mal seinen Aim an. Der ist ja noch schlechter als ich. Alter! Ich bin gerade Stormtrooper gewesen. Und die ganzen Trailer sehen halt so aus, als wäre das eigentlich ein fertiges Spiel. Und für ein Indie-Studio, das davor unbekannt war, sind 5,7 Millionen Aufrufe auch nicht wirklich schlecht. Im Oktober 2021 wurde dann der Release-Tags-Datums-Trailer was für ein Wort veröffentlicht. Und hier gab es zum Beispiel eine Steigerung. Denn der Typ im Video hatte sogar Aim. Und das sehe ich als eine deutliche Steigerung an. Das Spiel wurde dann zum 21. Juni 2025 Warte, 2022 angekündigt. Fantastischer Troll-Fantastic. Aber im Mai 2022 wurden die Fans vom Spiel langsam immer skeptischer. Da die Entwickler plötzlich auf die Unreal Engine 5 wechseln wollten. Man muss auch daran denken, dass die Unreal Engine 5 erst am 5. April 2022 veröffentlicht wurde. Das heißt, die Zeitspanne ist nicht gering, dass man denken könnte, ob Fantastic auf den Unreal Engine 5 halb aufspringen wollte. Könnte ich mir irgendwie ziemlich gut vorstellen. Das Spiel würde deswegen jetzt auch am 1. März 2023 erscheinen. Und Fantastic bestand darauf, dass der Übergang zu einer fortschrittlichen und angepassten Open-World-Engine das Gameplay von Today Before noch fantastischer machen wird. Ähm, ja. Im Juni 2022 bittet Fantastic um Voluntier, also auf Deutsch Freiwillige, die bei der Entwicklung helfen. Das sorgt natürlich für starke Bedenken am Spiel und irgendwie begann damit wirklich der Zweifel am Spiel. Und so hat Fantastic irgendwie Friendly Fire angelehnt, seinen negativen Werdegang selber heraufbeschworen. Da man irgendwie nicht verstehen konnte, warum man kostenlos an Today Before mitarbeiten sollte. Auf deren Webseite stand auch, dass einige Freiwillige im Vollzeitarbeiten und auch ein Gehalt erhalten haben. Naja, solche Menschen zeichnet man eigentlich als Angestellte, während andere zum Beispiel auch in Teilzeit gearbeitet haben und die Vorteile wie kostenlose Codes, Game Keys und Teilnahmezertifikate erhalten haben. Ich vermute mal, dass das Wort Voluntier ein Übersetzungsfehler der Firma war, da sie ja in Singapur ansässig sind, weil sich hier eine der CEOs Eisen selber als Voluntier bezeichnet. Fantastic hat auch irgendwie nicht viel über die Größe des Teams verraten, deswegen wusste auch niemand, ob nur drei Leute in einen Schuppen dran arbeiten oder ein ganzes Büro dran sitzt mit hunderten Mitarbeitern. Fantastic versuchte sich zu retten und sagte zu Eurogamer, das Wort Freiwilliger kommt aus dem lateinischen Wort Voluntarius, ist wahrscheinlich falsch ausgesprochen, aber, was so viel wie freiwillig oder aus eigenem Entschluss bedeutet. Jeder, der offen für das Leben ist, kann ein Freiwilliger bei Fantastic werden. Und es gibt zwei Arten von Freiwilligen. Heute haben wir über hundert interne Vollzeit Freiwillige. Die nennt man immer noch eigentlich Angestellte und da erklärten sie glaube ich auch ein bisschen, wie das Teilzeit-Freiwilliger-System funktioniert. Die Leute arbeiten nicht wirklich mit am Spiel, sondern das war wahrscheinlich sowas, was ich war. Man hat Betas getestet interne, man hat Sachen übersetzt, man hat geholfen bei der Moderation, man hat beim Bugfixen geholfen und man hat nach Hackern Ausschau gehalten. Ich find's auch lustig, wie Fantastic hier von wir spricht, obwohl sie nicht mal die Bugs gefixt haben, die wir denen gemeldet haben, die Hacker gebannt haben, die wir denen gemeldet haben. Ich bin auch nicht so wirklich negativ eingestellt zwischen das Voluntier-Ding Blätter zum Beispiel bekommst, dafür, dass du ein Gaming-Studio geholfen hast, ist das nicht wirklich schlecht für deine Bewerbung. Also ich hab damit einen Job bekommen, nur ich sollte das nicht mehr benutzen. Aber der Januar 2023 war ein sehr mieser Monat für Fantastic. Es wurde ein neuer Trailer veröffentlicht zur Nvidia CES 2023. Ich weiß nicht, was das ist, klingt aber irgendwie irrelevant, weil es Nvidia ist. Und in diesen Trailer halten sie sich irgendwie komischerweise zurück vom Gameplay. Besonders wenn man das mit den anderen Trailern vergleicht, dann siehst du hier echt wenig. Ich weiß nicht, ob sie hier einfach nur das Raytracing zeigen wollen, weil Nvidia dafür bekannt ist, aber es war schon komisch, dass weniger Gameplay gezeigt wurde. Und zur gleichen Zeit veröffentlichte Fantastic das erste Live at Fantastic Video. Hier wurde auch versprochen, dass man genau sehen konnte, dass die Entwickler an Today Before arbeiten, aber irgendwie hat man daran nicht wirklich viel gesehen, außer dass Eisen in der Lage ist, ohne seine Maus zu spielen. Außerdem wird hier kurz Dominanz gezeigt, er hier wird gezwungen draußen zu arbeiten, Timmy Turner übrigens auch, das hier sieht aus wie Developing oder so, er hier wirkt irgendwie so, als würde jemand hinter der Kamera stehen mit einer Waffe im Continent Meeting und der Rest des Videos wurde irgendwie mit KI Stimme gemacht Ich weiß gar vorhatte das Video nicht wirklich Es wirkte für die meisten auch eher wie ein Werbespot für Continent Aber was zum Teufel ist Continent Nun das war der kurze Zeitraum Anfang 2023 in dem Fantastic den Krieg gegen die Büros erklärt hat Du bist wahrscheinlich jetzt genauso verwirrt wie ich Vielleicht sollten wir das auch Denn Fantastic war in erster Linie ein Studio für Homeoffice Und sie haben anscheinend während der Entwicklung von Today Before auch an etwas gearbeitet das sie Continent nannten Eine App die etwas Microsoft Teams geähnelt hat Fantastic schien auch die Idee für Continent ursprünglich im Jahr 2018 gehabt zu haben Denn zu diesem Zeitpunkt stellten sie eine extrem einfache Webseite für Continent auf Aber im Januar 2023 haben sie die Webseite auf Vordermann gebracht Und gleichzeitig den Büros den Kampf angesagt Ein bisschen dramatisch für eine Fernarbeits App Aber okay Anscheinend war es Fantastics fantastischer Plan Continent als Unternehmens App zu verkaufen Zweifellos in der Hoffnung dass die traumatischen Erinnerungen an die Covid Ära als jeder im Haus bleiben musste und festgestellt hat wie wenig gute Videos es tatsächlich auf YouTube gibt um Unternehmen davon zu überzeugen es zu kaufen Es gab auch Vorwürfe dass Fantastic Today Before als Marketing Instrument für Continent und Prop Night genutzt hat nur eine Behauptung die für mich nicht wirklich viel Sinn ergeben hat weil warum sollte man das meist gewünschte Spiel auf Steam nicht nutzen um seine andere Spiele zumindest ein wenig zu supporten ich meine nur weil du auf Today Before wartest kaufst du dir keine Unternehmens App oder Prop Night was ein komplett anderes Spiel ist es stellte sich jedoch heraus dass es nicht viel ausmachen würde denn ein paar Monate nach dem großen Continent Vorstoß löschte Fantastic das gesamte Projekt aus dem Internet jetzt kann die Continent Webseite nur noch per Wayback Machine aufgerufen werden und das ganze Projekt schien in den Mülleimer gelandet zu sein im Januar wurde das Projekt stark angetrieben im Februar hat es ein Voice Chat bekommen und im März wurde seine gesamte Existenz gelöscht und warum ich habe keine Ahnung also jetzt mal im Ernst Fantastic hat nie wieder darüber gesprochen und es hat niemand geschafft irgendeinen Schmutz darüber auszugraben es ist einfach verschwunden so wie Fantastic oder mein Vater bei einigen seiner früherigen Projekte aber vielleicht haben sie auch gesagt wir kommen später wieder an das Projekt ran Fantastic hat auch versprochen in den folgenden Wochen Gameplay Material zu zeigen nur dann ist etwas passiert mit dem wahrscheinlich keiner gerechnet hat Today Before ist rechtsradikal ähm ich meine plötzlich von Steam verschwunden viele waren verwirrt warum Today Before Steam verschwunden ist und weil Fantastic dazu auch noch nichts gesagt hat dachten halt alle das sei ein Zeichen dafür dass es ein riesiger Betrug ist jedenfalls hat Fantastic dann auch mitgeteilt dass das ein Fehler sei man sich keine Sorgen machen soll und das Spiel zurück auf Steam kommen wird nur dann nach ein paar Tagen später meldete sich Fantastic mit neuen Post zurück diesmal haben sie sogar gesagt dass das Spiel tatsächlich vom Netz genommen wurde weil eine Privatperson eine Urheberrechtsklage gegen den Namen Today Before eingereicht hat Fantastic sagte hier auch dass die Marke Today Before verfügbar war als sie Today Before im Januar 2021 angekündigt haben man muss ihr aber beachten dass sie hier von verfügbar reden und nicht dass sie die Marke tatsächlich erworben haben ein paar Monate nach der ersten Ankündigung von Today Before meldete ein Mann name Sanjay Lee eine Marke für eine Reihe von Dienstleistungen der Klasse 9 an und dazu gehörte vor allem herunterladbare Videospielsoftware er war der Besitzer einer Kalender App namens Today Before Fantastic sagte dann auch noch dass sie das versprochene Gameplay Material aufgrund des Urheberrechtsstreits verschieben werden müsse dies machte eigentlich sehr wenig Sinn da der Markenrechtsstreit sie nicht davon abhalten würde ihr Spiel zu zeigen und es sogar Monate oder Jahre dauern könnte bis ein Streit beigelegt ist Fantastic ging sogar noch einen Schritt weiter und verschob das Erscheinungsdatum von Today Before erneut um 8 Monate nämlich auf den 10. November 2023 und es wurde natürlich verständlicherweise Vorwürfe laut dass Fantastic diesen Urheberrechtsstreit dazu benutzt um sein Spiel zu verstecken und als Maßnahme gegen die wachsende Unzufriedenheit sprach Fantastic ein paar Tage später mit IGN und irgendwie haben sie sich dabei sogar selber widersprochen da sie gesagt haben dass sie das Spiel bereits geplant bevor der Urheberrechtsstreit angefangen hat und das stimmt sogar weil es gab damals ein Meeting wo das genau gesagt wurde dass sie Today Before nochmal verschieben werden und ich glaube es war einfach ungünstig dass das zur gleichen Zeit mit dem Urheberrechtsstreit passiert ist aber an sich hätte das sogar eigentlich gar nicht gehindert sie hätten auch einfach ihren Namen umbinden können es häuften sich immer mehr Anschuldigung und es hat es wahrscheinlich nicht besser gemacht dass der Headmod von Today Before Discord gesagt hat dass er nicht mal selber weiß ob das Spiel echt ist und dass er noch nicht wirklich Gameplay vom Spiel gesehen hat es ist schon ziemlich ungünstig wenn ein Headmod das schreibt nach dem ganzen verglich sich Fantastic auch mit Action Filmhelden das ist jetzt auch kein dummer joke von mir die haben das wirklich gepostet und es ist sogar noch viel witziger wenn man weiß wie Today Before geendet hat wir machen eine fantastische Reise am Ende der Welt und fühlen uns wie einfacher Kerle aus dem Action Film der 90 du erinnerst dich wahrscheinlich an ihn als den Helden der den Schleier des Unglaubens durchbricht zu dem Zeitpunkt an dem niemand an ihn geglaubt hat aber im Februar 2023 hatte Fantastic mit einem betrügerischen Werbespot zu kämpfen da einige Content Creator angeschrieben wurden dass sie einen frühen Zugang zum Spiel bekommen Fantastic machte schnell klar dass es nur ein Betrug ist und es sich anscheinend auf Content Creator abgezielt hat es ist wahrscheinlich auch nicht gut dass Fantastic in dieser Geschichte auch mit Betrügern zu kämpfen hatte da sie ja selber diesen Uncut Trailer dieser sollte als Beweis zeigen dass Today Before echt ist und ich bin hier ein bisschen zwiegespalten viele sagen zwar dass dieser Trailer echt nicht viel Content zeigt aber ich habe das gar nicht so wirklich verstanden weil hier ist ja richtig viel Content nur jetzt im Ernst der Trailer war eine große Enttäuschung Plündern Craften Erkunden erschienen in den letzten zwei Jahren irgendwie an Qualität verloren zu haben es sah in den anderen Trailern irgendwie sehr viel besser aus was der Community auch irgendwie aufgefallen ist es war auf jeden Fall kein Spiel was für den Release fertig aussah denn auch die visuelle Verschlechterung war ziemlich heftig es sah zwar jetzt nicht schlecht aus aber es war ein deutlicher Rückschritt von dem was man davor gesehen hat auch die stimmungsvolle Weihnachtskulisse war irgendwie weg und auch der wunderschöne Schnee doch was die ganze Sache noch weiter entflammt hat war als ein User herausfand dass die ersten Sekunden im Trailer 1 zu 1 ähnlich zum Karl of Jujji Trailer war und wenn man sich das anschaut kann man das leider auch nicht verneinen weil es halt wirklich einfach kopiert worden ist aber ich mein das kann ja mal passieren oder Ach Jura das kann doch ein Zufall sein geht doch nicht so stark darauf ein nur ein Zufall hier haben sie einen Screenshot aus The Vision kopiert hier wurde SnowRunner als Inspiration genommen die Logos von The Last Of Us und The Day Before sehen halt wirklich ähnlich aus auch das Cover von beiden Spielen ist sehr ähnlich Ach Jura das muss doch nicht viel bedeuten du bist nur ein dummer Hater ein dummer Hater ok und was sagst du dazu dass Fantastic aus Trailern ganze Sätze geklaut hat und sogar die Stimmen kopiert hat die modifikation sind mit Maximum Realism zu ensure dass Kombat bleibt deep und engagiert alle times Each Weapon boasts unique characteristics as well as Realistic Reload und Recoil Mechanics Each Weapon has unique characteristics with Realistic Reload und Recoil Welcome to the next generation of post-apocalyptic MMO Open World Survival Games like Never Before Welcome to the next generation of Open World Adventure Immerse yourself in the Day Before Immerse yourself in Cyberpunk 2077 Und ich persönlich verstehe nicht warum man sowas zum Beispiel gemacht hat Es ist fast so als wollte Fantastic die negative Berichterstattung um dann so wie ihre Vorbilder wahrscheinlich die Kurve zu bekommen wie Cyberpunk oder No Man's Sky damit sie zeigen können guck mal unser Spiel ist ja voll geil Es hätte mich nicht gewundert hätten sie auch für The Day Before ein Anime angekündigt Und im April 2023 tauchte The Day Before mit zwei Versprechen wieder auf mit einer geplanten Beta und auf Steam zurückzukehren Und an sich klang das eigentlich ziemlich gut mit einer Beta könnte man nämlich testen ob das Spiel wirklich echt ist oder ein Scam Aber sie haben nie eine Beta gestartet Hä wo ist die Beta Aber dann im Oktober 2023 ein paar Wochen vor Release tauchte das Spiel The Day Before wieder auf Steam zurück auf Macht der Satz Sinn und im November 2023 hat The Day Before seinen Namen zurück gewonnen und kündigte sogar nochmal eine Verschiebung an Und ich glaube die treffendste Zeile war hier sogar dass das Spiel im Early Access erscheinen wird Als Begründung sagen sie dass es ihr erstes großes Spiel ist und es zu unvorhergesehene Umstände kommen kann Nur ein Tag vor der offiziellen Veröffentlichung von The Day Before hatte Fantastic oder besser Idioten niemals unterschätzen denn nur wenige Stunden vor der Veröffentlichung löschte Fantastic die meisten ihrer älteren Videos und haben nur eine Handvoll auf ihren YouTube Kanal hinterlassen Man fragt sich jetzt wahrscheinlich warum sie das getan haben Ich kann mir es aber auch nicht erklären Die einzige Vermutung die man hier haben kann dass das das ein fehlgeleiteter und idiotischer Versuch war die Leute davon abzuhalten das Endprodukt mit dem mit dem zu vergleichen was sie zuvor gezeigt haben wenn dies das Ziel von Fantastic war dann war das schon übermäßig dumm denn offensichtlich existierten und existierende Videos an Haufen weißen anderen Orten einschließlich auf den IGN Kanal und am selben Tag hat Fantastic noch auf X ehemals Twitter kriegt euch bei dem sie sich bei den Fans und potenziellen Spieler bedanken und die Leute aufforderten das Spiel nicht als Betrug oder Acid Flip zu bezeichnen das witzige ist dass es gar keine Vorwürfe für einen Acid Flip gab warum rechtfertigen sie sich dafür oder habe ich irgendwas nicht mitbekommen und außerdem sagen sie noch dass sie 5 Jahre hart Unto day before gearbeitet haben um das Spiel zu realisieren wir haben das Spiel auch für euch gemacht Wolltet ihr das Spiel selber nur spielen bevor wir gemeinsam weitermachen erlaubt uns paar Dinge anzumerken bitte verzeiht uns dass wir nicht das beste Marketing und die besten Teaser gemacht haben ich denke das beste Statement was Fantastic auch hier und das finde ich sogar ziemlich gut dass sie sich dafür entschuldigen ich rechne das sogar Fantastic ziemlich gut an aber wenn ich das Script nochmal anschaue dann ist das ja nicht das erste mal dass es Kommunikationsprobleme gab und anscheinend haben sie sich darin auch nie wirklich verbessert ich meine sie hatten 5 Jahre Zeit sich zu verbessern bitte beschuldigt uns nicht des Betrugs das stimmt Tag und Nacht gearbeitet um unser Traumspiel Wirklichkeit werden zu lassen und ich finde das Statement sogar ziemlich gut aber warum ist Friendly Fire an denn einen Tag später am 7. Dezember 2023 wurde Today Before wirklich auf Steam veröffentlicht und die verwirrende lange Saga von Fantastic scheint langsam zu Ende zu gehen nur was dann folgt könnte man wahrscheinlich als unvorhergesehene Umstände bezeichnen die Spieler berichteten von Spielfehlern Serverproblem Bugs alles mögliche mein Hund ist gestorben na gut das mit dem Hund stimmt nicht das habe ich bearbeitet aber die Reviews sind einfach anders lustig hatte noch nie so viel Spaß gehabt ein Spiel zu deinstallieren wie das hier schneller Download noch schneller deinstalliert hier mal eine Liste was mehr Spaß und Sinn macht anreizende Kurzfilme ohne Handlung mit zwei gebrochenen Armen anschauen Sonnenbrille in die Sonne starren und so weiter ich will ja auch nicht alle schlecht reden positiv war Download war schnell Installation auch und day before gesellt sich schnell zu Overwatch 2 kennt das überhaupt noch jemand in den abgrund der überwältigenden negativen steam bewertungen nur warum wird das Spiel eigentlich so kritisiert das Spiel war einfach ziemlich verbuggt die KI der Gegner also der Zombies war Hirntot waren jetzt auch nicht wirklich besonders es war sowas wie du bist auf dein Bildschirm gegangen hast eine Mission angenommen da braucht jemand seinen Taschenrechner weil er noch für die Schule in einer Zombie Apokalypse lernen muss dann gehst du raus gehst zu dem Ort nimmst das Item und gehst wieder zurück also die Mission hatten selber überhaupt gar keinen Charakter gehabt und das Schlimmere ist du konntest Zeit wirklich ganze Mission abschließen ohne jemals auf einen Zombie getroffen zu sein also wirklich als ich das gespielt habe ich fast nur Spieler gefunden als Zombies was auch den meisten Spielern aufgefallen ist dass einige Features die man in Trailern gesehen hat einfach komplett gefehlt haben aber die größte Kritik war wahrscheinlich dass es kein Open Wall Spiel war sondern ein Extraction Shooter wie Escape von Tarkov oder Hunt Showdown man musste nämlich in den Missionen die Items zu Extraction Punkte bringen und dann kommt man halt wieder ins Lager zurück auch der Begriff MMO wurde ziemlich kritisiert zwar ist die Definition von MMO ziemlich vage aber ich persönlich gehe von einem MMO Titel auch eher so von 100 bis 1000 Spielern aus und das war Today Before nicht der Fall und Fantastic kam dann irgendwie auf die schlaue Idee in aller Stille irgendwie die Texte Spiel zu ändern sie entfernten den MMO Tag und den Open World Tag zwei Bezeichnungen die Fantastic Seite Ankündigung von Today Before verwendet hatte und trotz allem hatte dieser Scheiß Haufen es geschafft 40.000 Spiele auf Steam zu erreichen 40.000 Leute zahlten Geld und spielten Today Before trotz all fragwürdigen Dingen die vor Release passiert sind es war halt ein düsterer Tag für die Gaming Industrie denn dieser Haufen Scheiße hat es geschafft mehr Spieler zu bekommen als mehrere andere die das eher verdient hätten und by the Day Before kann man wirklich sehen was ein paar schöne auffällige Trailer bewirken können es sollte Spieler und auch Entwickler warnen erstens sowas nicht zu erstellen und zweitens für Spieler wahrscheinlich keine Vorbestellungen einfach so einzugehen sowas sieht man zum Beispiel ganz besonders in Skis seinen Videos zum Beispiel den Insi Modus Simulator würde ich gerne mal spielen aber den wird es wahrscheinlich niemals geben vielleicht hat ja auch Skis an Today Before mitgearbeitet wer weiß wenigstens hat sich die Spielerzahl nicht wirklich lange gehalten so schnell wie die Leute kamen so schnell sind sie auch wieder verschwunden wahrscheinlich haben sie während dem Spielen gemerkt dass Today Before kein gutes Spiel ist es ist erstaunlich wie schnell ein Kartenhaus zusammenbrechen kann denn innerhalb von drei Tagen hat Today Before 80% seiner Spieler verloren die Steam Bewertungen sind aufgrund mehr als 20.000 Bewertungen im Keller gelandet was Today Before zu einem der schlecht bewertesten Spiele machte zum Vergleich Call of Duty Modern Warfare 3 hat mehr als 5700 Bewertungen und ist damit das am schlecht bewertesten Call of Duty aller Zeiten die Leute haben sehr schnell auch eine Rückerstattung beantragt weil 40 Dollar für so einen Mist auszugeben ist halt schon hoch es gab dann auch einen Leak aus der Teams Gruppe das sich Today Before 201.000 mal verkauft hat was einen Umsatz von etwa mehr als 8 Millionen Dollar entspricht ein solider Batzen für einen Entwickler wie Fantastic nur der Bericht zeigt halt auch dass 50% der verkauften Exemplare wieder rückerstattet wurden mit diesen Rückerstattungen hatte Fantastic wohl einen kleineren Zahltag vor sich der nicht so bald eintreten würde da Steam die Entwickler Gelder erst in etwa nach einem Monat auszahlt wenn Fantastic nämlich einfach das Geld nehmen wollen würde um dann einfach abzuhauen müssen sie fast bis Januar warten und Spoiler so lange haben sie es nicht geschafft während die Mehrheit beschäftigt war Rückerstattungen zu erhalten haben andere das Spiel mehr unter die Lupe genommen also das Spiel in Einzelteile zu zerlegen und hatten sogar eine sehr gute Liste von den ganzen Assets zusammengestellt die Fantastic benutzt hat die du dir ganz einfach im Unreal Store kaufen kannst es wurde auch gefragt ob Fantastic nicht das Projekt auch an einen sinnvolleren Entwickler verkaufen könnte und darauf antwortete jemand anderes was sollen sie denn verkaufen die Arbeit anderer Leute da das Spiel aus 98% Assets besteht vertauscht hat also ist jetzt 89% aus dem Unreal Store oder wie soll ich das jetzt verstehen aber die interessanteste Behauptung war von dieser Detektiv Arbeit dass die Stadt von The Day Before fast vollständig aus dem American City Packs Paket gebaut wurde das im Unreal Store für 400 Dollar angeboten wurde die Beschreibung des Packs war dass das die Fähigkeit hat Gebäude Prozedural zu generieren um große Stadt Pläne in relativ kurzer Zeit zu erstellen und das ist halt schon kritisch für ein Studio was ich als AAA immer entablieren möchte für die Leute die nicht wissen was Assets sind wie Models die vorgefertigt sind wie Tische oder auch Gameplay Mechaniken wie Kampfsysteme oder ein Inventarsystem die man sich kaufen kann und ich finde das Problem ist nicht dass Fantastic Assets verwendet hat ich will nochmal klarstellen dass vorgefertigte Assets für kleinere Entwickler wirklich ein enormer Segen sind da so kleine Entwickler halt wirklich die Möglichkeit haben ihr Spiel zu vervollständigen für wenig Geld der Schlüssel aber in Assets liegt darin dass man damit sparsam umgehen soll denn der Versuch von 100 verschiedenen Assets oder Packs zu verwenden die von verschiedenen Leuten gemacht wurden kann wahrscheinlich zu einer schweren aufgabe sein als die ganzen sachen selber zu erstellen und dass fantastic genau das als fünf jahre harte arbeit bezeichnet hat ist halt schon eine aussage die man nicht glauben kann denn the day before war einfach ein zusammengewürfelter haufen von verschiedenen assets das sich spiel schimpft und nur nach vier tagen nach dem start von the day before hat der Entwickler fantastic das gesucht haben das spiel finanziell zu machen ich meine ein battle pass hätte auch gereicht in prop night aber laut eisen heißt es ja dass ein gutes spiel auch ohne progress gespielt werden kann ich meine sie hätten sich auch einfach an ubisoft halten können die sogar für ein singleplayer spiel einen ingame shop haben und es würden halt einfach die mittel fehlen um an today before weiter zu arbeiten es macht irgendwie gar keinen sinn dass das spiel finanziell gescheitert ist weil das spiel auch aus einem relativ kurzen set rum gemacht wurde mit gekauften asset zusammen gewürfelt und da dürften die entwicklungskosten ja eigentlich nicht so hoch gewesen sein und selbst mit den ganzen rückerstattungen hätte fantastic noch ein bisschen geld auf dem konto nur ich glaube darauf komme ich noch mal im letzten kapitel drauf zurück fantastic hat sich dann auch versucht aus jedem bereich des internets zu löschen die beiden brüder deaktivierten sogar ihre twitter accounts aber mittlerweile sind sie auch wieder zurück der youtube kanal verschwand und die offizielle app seite wurde bis auf die offizielle schließerklärung von allem befreit maitona hat dann auch bekannt gegeben dass sie mit steam zusammenarbeiten jeden spieler eine rückerstattung damit niemand mehr für den dreck geld bezahlt ich habe ja in dem ganzen video hier ein paar jokes mit eingebaut damit das nicht so ganz stumpf rüber kommt aber jetzt kommt ein part wo man vielleicht ein ernster bleiben sollte weil es halt wirklich ein ernstes thema ist und ich nicht wirklich verstehe warum keiner da wirklich drüber geredet hat ich glaube sogar mittlerweile wo ich das jetzt machen werde die meisten infos die ich mir hier raus nehme sind aus dem russischen gaming journalist video ich habe das mal in der beschreibung verlinkt ich werde da ein paar sachen raus nehmen und meine eigenen erfahrungen und so weiter mit fantastic da reinpacken weil genau das was sie in dem video gesagt haben habe ich auch von ex mitbekommen und ja today before sollte halt nie ein open survival mmo werden und das ist richtig ich weiß zwar nicht was das wirkliche konzept vom spiel war aber ich kann bestätigen dass today before 3 bis 4 mal von grund auf neu gemacht wurde die search datei für today before mit den ganzen animationen sounds models waffen aufsätze und so weiter soll 500 gigabyte groß gewesen sein es wurde develop material gelöscht um es wieder neu zu machen es animationen für zombies erstellt aber hatte jemand jemals zu gesicht bekommen nein weil das meist im recycling müll gelandet ist und das sogar ohne einen wirklichen grund du hast was gemacht was den brüdern überhaupt nicht gefallen hat dann musstest du es nochmal machen und das ist genau nicht nur einmal passiert sondern wirklich ziemlich oft man muss wissen dass eigentlich ursprünglich die leute die bei fantastic gearbeitet haben angeheuert wurden um ein cooles riesiges sandbox spiel zu entwickeln mit einer möglichkeit für späteren koop mit seinen freunden und irgendwie klingt das sogar viel cooler als das was wir öffentlich gehört haben und damit man es hier besser versteht was bei fantastic alles schiefgelaufen ist dass der großteil der angestellten bei fantastic nur aus junior developer bestanden also developer die erst aus der schule oder aus dem kurs raus gekommen sind und ich kann sogar verstehen warum sie zu fantastic gegangen sind seinen namen in den credits von so einem großen projekt zu haben könnte die halt schon sehr viele türen öffnen naja könnte ich will das ganze mit today before eigentlich gar nicht rechtfertigen aber today before wurde von normalen leuten gemacht die mit falschen versprechen zu diesem projekt gelockt wurden sie waren sogar so sehr vom projekt begeistert dass sie sogar versucht haben das projekt zu retten in situationen wo man das projekt gar nicht mehr retten konnte denn wenn das management von der einen ecke zu anderen ecke springt und absolut keine kreative vision hat und verlangt luxus für wenig geld zu machen dann wird daraus offensichtlich kein gutes spiel nur warum hat das sich denn zu einem MMO geändert das begann alles als eduard und eisen die beiden ceos ins continent büro gesteppt sind und sagten hey wir haben nachgedacht und machen jetzt ein MMO und ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen was das für eine umstellung gewesen sein muss weil ein multiplayer ganz andere programmier entscheidungen hat als ein single player spiel die entwickler wollten dann auch so ein play no button einfügen also quasi wir wollen ein MMO wie world of warcraft in wo haben sie eine server liste macht es wie in wo wo aber weil sie halt noch june developer waren und keinerlei erfahrungen in der gaming industrie hatten konnten sie natürlich einige wichtige dinge nicht die andere schon könnten müssen sie das meiste sogar ja noch lernen einige dinge wurden einfach nicht umgesetzt weil die leute einfach nicht ausreichend qualifiziert waren und das unternehmen nicht bereit war leute einzustellen die in der lage sind die probleme zu lösen auch wegen der nda durften die entwickler nicht mal außerhalb hilfe holen und ihre einzigen mentoren waren die brüder die dinge sagten wie hör mal zu mach es wie in GTA mach es wie in The Division und ihr könnt euch vorstellen dass das gar nicht hilfreich ist und gleiche doch für uns sie haben auch den entwicklern einfach keinen kreativen freiraum gegeben und ihre ideen jede minute runter gespielt sie haben sogar die leute gemobbt mit ideen und wenn nicht mal die entwickler ihre eigenen ideen mit einbringen können was soll denn daraus werden die meisten entwickler waren aus diesem grund auch einfach ausgebrannt aber hey die brüder haben halt sehr viele reden gehalten wie seht euch nur an was für ein portfolio ihr haben werdet seht euch an an was für ein projekt ihr arbeiten werdet das ist ein pass zu einem besseren leben lasst uns das machen ich wusste gar nicht dass man mal fantastical deutschen pass bekommen kann wir werden alle stars sein jeder wird uns erkennen und laden uns zu interviews ein wir sind eine große familie elon musk wird the day before streamen ähm okay die macht liegt in der wahrheit und wenn das spiel herauskommt wird es jeder wissen nur die wahrheit ist dass ihr beide scheiße seid sie haben ein team aus unerfahrenen entwicklern zusammengestellt um ein triple a produkt zu erschaffen während die beiden sich zurück gelehnt haben und in die kamera lächeln während sie ihr eigenes spiel sabotieren mit dummen änderungen mir fällt es wirklich schwer diese nicht als idioten zu bezeichnen aber nachdem was jetzt alles folgt werdet ihr mich verstehen denn was die meisten mitarbeiter dort erlebt haben ist einfach schrecklich denn solche sätze wie du wirst das so lange neu machen bis es endlich triple a würdig ist waren einfach nicht selten das heißt du musstest das so lange immer wieder neu machen bis die brüder du wirst es so machen wie wir dir das sagen für das geld was wir dir zahlen du wirst so lange arbeiten wie wir dir das sagen und wenn dir das nicht passt verpiss dich und stell dir mal vor du arbeitest jeden tag 18 stunden bekommst keine anerkennung wirst ständig verspottet stehst unter ständig Druck und verlierst halt langsam deine Emotionen die meisten haben wahrscheinlich auch dadurch psychische krankheiten erhalten und weißt du was sie mit du bist gefeuert und dennoch haben die meisten Menschen das einfach über sich her gehen lassen weil sie wirklich geglaubt haben dass sie sich damit Türen öffnen würden und das dann irgendwann zu einem besseren Leben führt die Brüder sind sogar fast so schlimm wie ich zu meinen Paulson Pal wollt oh er craftet aber ist langsam bist so langsam gewesen und die meisten Sachen die ich erfahren habe sind auch irgendwie voll komisch zum Beispiel wenn einer der Brüder auf dich zukommt und gesagt hat ich wollte hier einen Bug melden oder etwas in Ordnung bringen aber ich hab es vergessen und du sollst jetzt darüber nachdenken ist das halt so wie als würde ich auf Veruna zukommen und sagen guck mal ich habe ein Problem mit dir aber ich habe es vergessen und du soll machen aber genau das führte einfach zu so vielen Problemen die the day before hatte denn es haben sich kernelemente geändert und dadurch haben dann einige zeilen im code natürlich nicht mehr funktioniert ich denke man kann das ganz gut vergleichen mit dem skis video wo er gta 6 gemacht hat da gab es ein poster an der wand und genau dieses poster das überhaupt keine bewirkung hatte hat das ganze Spiel von ihm kaputt gemacht und genau das gleiche passiert wahrscheinlich wenn du die engine version wechselst aber hey wir gehen jetzt auf unreal engine 5.1 hmm the day before lag auf mein laptop ich denke das ist nur gut die Idee neben den wirkt ab red sogar schlau durch einen reddit post von the iron giants kann ich euch sogar zeigen und erklären warum ganze features im spiel gefehlt haben die aber davor im trailer gezeigt wurden man sagt ja dass die gameplay trailer gescriptet sind oder halt animiert ich kann es von beiden gar nichts bezeugen aber das meiste was in den trailern gezeigt wurde waren in den spieldateien einfach drin das einfachste beispiel ist wahrscheinlich bei den fahrzeugen wenn sie durch schlamm oder wasser gefahren sind im trailer hatte man da so schöne animation oder wie man das auch nennt und genau diese assets und scripte die das feature ermöglichen sind im spiel drin gewesen und sind auch eigentlich korrekt eingerichtet nur sie funktionieren halt nur für unreal engine 4 die meisten assets und scripte man sogar nach schlagen das spiel war 55 gigabyte groß aber der großteil des speicherplatz wurde einfach nicht im spiel benutzt es waren einfach assets die nicht verwendet wurden da sie einfach nicht mit der unreal engine 5 kompatibel waren aber dies auch einfach nicht entfernt wurden wahrscheinlich wusste man nicht wie man diese entfernt oder fixen kann dass sie wieder funktionieren wir reden hier immer noch über junior developer und ich will das ganze jetzt nochmal veranschaulichen damit man besser den punkt mitbekommt in den dateien sind banditen enthalten wahrscheinlich sind das feindliche npcs gewesen aber auch npc läden wie friseure autohändler und kleidungshändler das fehlende nahkampfsystem das viele als kritikpunkt hatten existierte sogar in den spieldateien und das auch mit gewehren nur wahrscheinlich war das ein script von unreal 4 drüber als so holzstücke die aus regalen fallen können oder aus anderen sachen die halt für das gefühl der atmosphäre halt noch dazu beitragen wurden auch in den spieldateien gefunden es ist sogar lustig dass das ein feature in prop night war generell merkt man wahrscheinlich ein paar dinge die in prop night und today before gleich waren wie zb ui vergleiche wahrscheinlich ist das schießen keymasters game genau das gleiche schießsystem was sie in today before hatten es gab eine art wohnsystem es gab ein schließfächer und klettersystem ein squad system mit home sharing und einladungen ein emote system soll auch drin sein mit dem man zb verspotten kann und vielleicht spätere fortnight tänze schnee mit physik was man in den anfang trailern gesehen hatte es gab ein angelsystem fikt euch spiele die das einfügen es gab auch ein fernglas wofür das da war weiß ich nicht metahumans wurde auch verwendet achievements hat man auch gefunden ich weiß gar nicht ob the day before eigentlich direkt beim start achievements hatte es gab fahrzeug upgrades und wartungen sowie eine ein und ausstiegs animation es gab auch animation für das gehen im tiefen wasser und schnee ich glaube man hat verstanden wie viel unbenutzte dinge in den spieldateien drin sind denn die bunker scheinen auch ursprünglich einen größeren zweck gehabt zu haben der einzige betretbare bunker war auf der farm aus dem trailer es gibt viele skripte die darauf hindeuten dass es sich um ein art temporäres versteck und schnell reisesystem handelt sogar die gesamte server struktur ist von jemand anderem gemacht das hauptgerüst des agones ich kenne mich damit nicht aus also frag nicht es ist irgendwie traurig dass jedes einzelne asset seit ihrem alten bild im spiel gelassen wurden obwohl sie es einfach nicht benutzt haben ich schätze mal das spiel wäre 20 gigabyte groß gewesen wenn man alles überflüssige entfernt hätte ich schätze auch dass die entwickler zu den ceos gesagt haben dass das mit unreal day before lohn würde aber egal was die entwickler gesagt haben die ceos haben dinge gesagt die man irgendwie nicht nachvollziehen kann ihr seid surfs ihr seid niemand wir wissen es besser ich mein was habt ihr gesagt habt ihr irgendwas gegen das wort eures meisters gesagt wenn ja du bist gefeuert meister wir kriegen die gesicht animation nicht rechtzeitig hin hey Eisen vielleicht sollten wir mitarbeiter feuern damit sie schneller fertig sind widerlich und dumme menschen einfach mehr kann man dazu nicht sagen die brüder wechselten einfach von konzept zu konzept einfach weil sie gerade ein anderes spiel gespielt haben und naja das spiel ist ja im trend deswegen kann man es nachmachen das wird day before bestimmt sicher gut tun deswegen gibt es wahrscheinlich auch so viele vergleiche zu anderen spielen wie The Last spiel von cartoon düster geändert haben und was ist wenn ich euch jetzt sage dass das gleiche in today before passiert ist nicht sehr lange vor release war es halt nicht mehr lange vor release die brüder spielten das neue spider man und kamen dann auf die großartige idee ins kontinent büro zu steppen mit leute ich habe die beste idee die jemals haben konnte lasst uns unsere gesamte stadt heller machen so wie in spider man dann haben die cos noch fotos von der stadt reingeschickt und deshalb sah der bevor wahrscheinlich auch nicht mehr so düster aus wie im gameplay trailer jetzt könnte man zwar sagen so ja guck mal das ist doch gar kein ding man muss ja nur die helligkeit und den kontrast ändern aber wenn ich sage dass das spiel spider man am 20 oktober kritisch rüber und today before war ja auch richtig verpackt an release tag und es wurden ja anscheinend auch tests gemacht vor release oder weil jeder gutes Entwicklerstudio würde ja natürlich ein paar tests machen bevor sie releasen oder ich meine die hatten ja auch 300 volontier da muss doch es haben genau 5 leute das spiel getestet 5 leute mussten in einer nacht die ganze map testen sie prüften hauptsächlich ob unsichtbare wände das spiel behindern würden dass alles auch betretbar ist ob man durch texturen fallen würde zwar ist das auch passiert aber muss hier immer noch bedenken dass das einfach 5 tester waren und keine 40.000 spieler wie zu release es ist ein enormer unterschied aber als einer der brüder in eine gasse reingegangen ist und zufällig dort einige fehler fand wurde ein zufälliger mitarbeiter dann plötzlich gefeuert das kann man sich wirklich gar nicht vorstellen und das seltsame ist sie hätten ja die macht gehabt einfach einen mass performance test zu machen durch ihre volontier und das sogar kostenlos oder zum beispiel die beta die angekündigt wurde und dann nicht kam wo ist die beta kein volontier hat das gameplay gesehen oder auch selber das spiel gespielt und das witzige ist dass die meisten entwickler gesagt haben dass die beiden brüder einfach keine ahnung haben wie man ein spiel programmiert und ich glaube nach dem was ich die ganze zeit gesagt habe ist das sogar noch verständlicher warum sie keine ahnung haben die brüder sind einfach daran schuld warum today before wirklich gescheitert ist denn es gab halt ein spiel nur das problem ist man hat dem spiel halt keine chance gegeben sich zu entwickeln denn diese beiden idioten haben ihr eigenes spiel einfach kaputt gemacht und es auch noch geschafft leute zu demütigen unter druck zu setzen und diese menschen einfach als person zu zerstören denn wenn du ständig mit der angst leben muss dass du gefeuert wirst oder damit bedroht wirst sogar dann wird es dir auf dauer einfach nicht gut gehen sie sind echt sehr schlechte menschen und anführer und sollten nie wieder so eine position erreichen dürfen ihr müsst nämlich daran denken dass alle probleme die day before hatte sind die schuld von nur zwei personen die dachten sie wären schlau aber haben gleichzeitig schach gegen sich selber gespielt und sogar verloren ich nicht veröffentlichen weil streamer stream die server würden kurz herunter fahren und das könnte man ja gar nicht zulassen ich meine dr disrespect streamt unser spiel wie können wir da ein hotfix rausbringen sie haben sich also wirklich einen scheiß dreck geshert dass ihre community das spiel spielen konnte ich meine dass es wirklich zu viel verlangt dass dr disrespect sich ausloggt und wieder einloggt oder das kann man einfach nicht tun ich habe zwar jetzt keinen beweis dafür aber ich schätze mal dass dr disrespect sogar dafür bezahlt wurde jedenfalls haben die das bei streamer in prop night gemacht die brüder fühlten sich halt wie genies die über schicksale andere entscheiden können sie haben unverantwortlicherweise menschen eingestellt ohne zu wissen wie man mit diesen Menschen arbeiten soll denn anstelle Anerkennung und duldet sie haben mitarbeiter ohne grund gefeuert die beiden waren einfach zwei typen die gta und last of us gespielt haben und dann zu einem team aus junior developer gegangen sind und sagten leute macht uns the division macht es wie hier macht es so wir haben fortnite gespielt fügt das bauen ein also wenn du irgendwo diese beiden smiley face siehst dann unterschreib am besten keine verträge renn weg und meide diese firma am besten aber warte hat fantastic nicht geschlossen oder warum sage ich das jetzt und das ist natürlich jetzt ein bisschen kompliziert und ich verstehe es selber noch nicht so ganz die brüder haben irgendwie ehemalige mitarbeiter angerufen nachdem das studio aufgelöst wurde und sagten leute komm mit uns wir werden mobile spiele machen es wird alles gut werden das spiel ist jetzt nicht so gut angekommen kommt mit uns und einige leute stimmten sogar zu es ist wahrscheinlich ein sehr gutes beispiel für das stockholm syndrom die beiden brüder sind einfach arschlöcher die man nicht vertrauen sollte denn sie werden dich im letzten moment verraten man sollte wahrscheinlich auch ein auge auf mytona jetzt haben denn diese sind ja ein mobile publisher und fantastic möchte jetzt mobile games machen und nach dem allen sollte ich auch mein recommendation letter nicht benutzen zwar habe ich das noch rechtzeitig benutzt bevor die ganzen dinge hoch kamen aber wenn mein zukünftiger arbeitgeber das wahrscheinlich googeln würde dann würde ich sagen ich kriege den job nicht und ich hatte jetzt eigentlich das video schon fertig gescriptet und jetzt kommt fantastic zwei monate nach der schließung mit einem neuen statement und ich von jemanden genommen haben niemand gescammt haben bla 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 und so ein scheiß dreck nie ein penny hatten bla 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 dass sie fünf jahre an dem spiel gearbeitet haben bla 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 also das was man schon gehört hatte fantastic stellte auch würden dabei habe ich genau solche sachen auch von den mitarbeitern mitbekommen als ich noch bei fantastic war zum beispiel kann ich mich noch erinnern als mir einer erzählt hat dass jemand in einem meeting einfach als idiot bezeichnet wurde das ding ist die leute die können halt auch nicht öffentlich auftreten weil sie eine NDA unterzeichnet haben das ist wie eine schweige verpflichtung und aus irgendwelchen gründen schießen ich meine wenn sie falsch sind dann könntet ihr diese leute doch ganz leicht exposen es gibt hier sehr viele skandale wie das trailer nachgemacht wurden dass screenshots nachgemacht wurden dass die trailer gescriptet aussehen ihr hättet das alles zeigen können dass die leute falsch liegen aber ihr habt das nicht weil ihr wusstet dass ihr einfach dummes zeug labert und einfach das spiel komplett verkackt habt das ist eure schuld eduard und eisen schiebt das nicht auf andere sie haben auch da gesagt dass alles was in trailers zu sehen war auch im spiel drin war das stimmt zwar aber sie hatten halt keine verwendung im spiel sie schieben den Hass den fantastic bekommen hat direkt auf die content creator anstelle einfach auf ihre eigenen Fehler zu sehen aber die Brüder sagten auch dass dr dis spector spiel mochte der aber ja wahrscheinlich dafür bezahlt wurde das zu stream sonst hättet ihr ja den hotfix für die server direkt rausgebracht oder sie haben ja gesagt dass prop night finanziell sich nicht gelohnt hat daher haben sie nicht mal versucht prop night finanziell so zu gestalten dass man daraus mehr geld bekommen könnte es wurde ein battle pass geplant der dann wieder abgesagt wurde weil eisen gesagt hat was ein battle pass verändern würde für das spiel prinzip oder auch dass man spiele auch ohne fortschritt spielen kann wie cs er ist halt so ein clown ne also ich kann den gar nicht ernst nehmen jetzt kommt irgendwie das skurrilste weil am ende des statements sagen sie dass man auf all deren social medias folgen soll um zukünftige updates zu behalten ich dachte die firma sei geschlossen worden oder sollte man fantastic folgen um weitere dumme statements zu erhalten es ist einfach sehr verwirrend aber jetzt habe ich noch ein bonus ding für euch nämlich geht es um die finanzen von fantastic denn nachdem fantastic seine schließung bekannt gegeben hat besuchte Aloysius Lowe ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen von Yahoo News die Büros von fantastic in Singapur dort stellte aber fest dass fantastic ein virtuelles Büro in ein kleinen laden lokal gemietet hat obwohl es in Singapur seinen hauptsitz angegeben hat und das gleiche ist mit dem sitz in russland so es ist beides ein virtuelles büro das einzige was man finden konnte war dass eduard und Eisen eine privat adresse hatten in Singapur mit einem arbeitsausweis der 2026 abläuft verschiedene leute haben zwar die adresse im internet veröffentlicht da sie technisch gesehen öffentliche informationen sind aber ich werde die adressen hier nicht nennen ich erwähne sie deshalb hier weil sich niemand wirklich sicher war warum fantastic seinen sitz in Singapur hatte aber die meisten entwickler aus russland gearbeitet haben das ist so ein weiteres rätsel in der ohnehin schon mysteriösen Geschichte von fantastic ich russland zu umgehen low hat aber auch finanzdaten von 2022 gefunden und die zeigten dass fantastic ein nettogewinn von knapp 840.000 singapurdollar erzielt hatten in den unterlagen ist auch unklar ob in singapur die ansässigen mitarbeiter sogar bezahlt wurden und in den unterlagen konnte man auch sehen dass die brüder beide jeweils 100.000 singapurdollar verdient haben es geht auch irgendwie in den unterlagen heraus dass fantastic irgendwie geschafft hat eine reiserechnung von 308.000 singapurdollar aufzustellen das ist irgendwie komisch für eine reiserechnung denn man kann doch ganz günstig mit nordvpn das land wechseln ja nee ich hab doch kein placement aber es wäre doch der perfekte übergang gewesen oder was die schulden betrifft die fantastic abbezahlt haben migapurdollar finden und all diese details lassen halt wirklich zweifel aufkommen wie fantastic so schnell vorm start von today bevor das geld ausgehen konnte man könnte zwar jetzt sagen dass der rechts streit die ganzen werbung wie auf den komischen straßen da wo ich den namen vergessen hab ist wahrscheinlich eh irrelevant was das ist und so weiter halt ziemlich viel geld gekostet hat auch die ganzen streamer zu bezahlen denn wir haben leider keinen bericht von 2023 vielleicht habe ich ihn auch einfach nur nicht gefunden was halt noch weiter komisch ist ist dass today bevor eigentlich nicht das geld ausgehen hätte können denn selbst mit den 50 prozent der rückerstattung hätten sie immer noch millionen auf dem konto gehabt ist sogar noch komischer wenn man dabei beachtet dass fantastic den unternehmens verifizierung haken haben ich kenne mich damit jetzt wirklich nicht ziemlich gut aus es kann auch sein dass ich hier komplette scheiße laber aber dieser soll im monat 200 dollar kosten oder auch pro jahr 2000 dollar ich dachte prop night und today before seien ja so finanziell gescheitert warum könnt ihr euch dann zwei monate nach der schließung noch diesen haken leisten und ich glaube wir sollten jetzt mal zu end kommen es gibt ich verstehe auch das meiste immer noch nicht ihr wahrscheinlich auch jetzt gar nicht und da bleibt mir jetzt nur noch die frage war today before jetzt wirklich ein scam oder nicht und ich persönlich denke dass today before jetzt kein geplanter scam war denn es gab ja ein Spiel das durch die inkompetente geschäftsführung einfach kaputt gemacht wurde und ich denke nach dem video sind wir uns alle einig dass die beiden Brüder komplette Vollidioten sind das Statement wurde inzwischen auch von twitter einfach gelöscht das nächste video wird irgendwann kommen ich kann es euch nicht sagen